Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. Ja, in der letzten Folge haben wir die anderen Bahnhöfe fertig gemacht. Jetzt ist nur ein und wir haben hier die Umfahrung abgeändert, so dass wir hier wirklich einen guten eigenständigen Verkehr haben. Was jetzt hier wiederum die Sache ist, wir brauchen hier mehr Holz, damit die Produktionen dementsprechend hochfahren und wir mehr produzieren können. Dafür müssen wir aber jedoch die Holzanlieferung erstmal erhöhen und dafür gehört auch der Bahnhof zu erhöhen. Und deswegen möchte ich diesen Bahnhof hier gegen einen um einiges größeren Bahnhof austauschen, und zwar gegen einen vierspurigen. Aber ich denke, Holz wird in der Zukunft noch einer der wichtigsten Punkte bei uns in der Lieferkette sein. Und dementsprechend würde ich gerne dies hier ermöglichen. Und das möchte ich jetzt hier gerne dementsprechend umsetzen. Und das ist jetzt sozusagen der Bahnhof, den wir hier haben. Und den müssen wir jetzt noch dementsprechend natürlich anpassen, weil das ist ein zweigleisiges System jetzt. Und hier können jetzt die Züge in jeder Richtung fahren und hier auf deren Pausiergleis fahren, sozusagen, oder auf deren Bahnhof. Und das ist jetzt natürlich das Ziel, dass wir die Holzproduktion und einiges ansteigern können. Deswegen nehmen wir jetzt nochmal eine Classico Bahn und tun nochmal eine riesige Rundbahn. Also 100 Meter gleich lang kann der werden. Wie lang ist denn der jetzt? Sieht es? 31 Meter, okay. Da, 80. Nein, der geht noch. Kaufen. Der Zug hat auch noch gar nicht ein Befehl. Warte mal. Da, okay. Bearbeiten. Halt hinzufügen. Du lädst hier auf. Und lädst in vierten Stadt ab. Entladen. Ganz simpler Auftrag, okay. Jetzt sollte ich es mal in einer Gruppe aufteilen. Jetzt kommt der Zug hier raus. Und jetzt sind wir dann auf drei Züge erhöht schon. Und ich glaube, dass der Bahnhof halt in Zukunft wirklich wichtig wird. Weil ich will hier vielleicht, in Zukunft könnten wir rein theoretisch hier auch nicht nur die Holzproduktion hinlegen, sondern halt auch die ganzen einzelnen Produkte. Zug vier. Ull. Ähm. Wie kann sowas passieren? Ähm. Kannst du bitte nochmal kurz umdrehen? Umdrehen und Signale ignorieren. Ach, Leute. Ach, Leute. Ach, Leute. Ey. Okay. Merken, das war eine doofe D hier. Mich hat das gerade zwei Züge gekostet, die teuer waren. Dann muss ich nochmal beide waren. Toll. Klassico. So, das kann auch echt nur wie passieren, ne? Wir machen jetzt 100 Meter lang, dann ist die Produktion auf jeden Fall schon mal hoch genug. Ey. Okay. Okay, das Ding kaufen wir. Der kriegt jetzt direkt ein Halt. Hier muss er laden. Hier muss er entladen. Fahr los. Dann kommt der nächste. Der braucht runter. Der kriegt auch 100 Meter. Hey. Ich kann dir Geld spucken und so, ne? Aber ich wollte dich in der Runde was ganz anderes machen. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Laden. Und hier entladen. Und da ich weiß, dass das Blöd enden kann, geben wir ihm jetzt hier die Planken vor. Was anderes brauchen wir da unten aktuell nicht. Vielleicht kann man dann in Zukunft anpassen, noch ein bisschen genauer machen natürlich. Aber für das Erste. Ist das Stand der Dinge? So. Die Antwort muss irgendwann auch noch anpasst werden. Und wenn wir dann hier einfach in den Berg eine Schneise reinschneiden. Und fertig aus, ist es. Auch der ist der, der einen der neuen Hänger hat, ne? Ah ja, hier ist ja die Wüste. Le Wüstos. Le Wüstos ist hier. Ja, ja, ja. Eigentlich sollte die Holzproduktion ja dementsprechend jetzt gestiegen sein. Alter, was? Das Lager ist leer? Das ist heftig. Okay, das ist brutal. Das hätte ich nicht gedacht, dass da die Produktion jetzt so enorm ist. Eigentlich müsste schon ein Holzzug jetzt schon wieder unterwegs sein, oder? Oder rein, theoretisch könnte ich noch so ein Klonen. Uff. Ach, lol. Holzpirtenstedt-Transfer. Was heißt, wir tun noch ein Holzpirtenstedt-Transferzug hier rein. Da kriegt man natürlich wieder die volle Ladung. Auf über 100 Meter Länge kaufen. Sie kriegt den Transfer hier. Ab geht's. Holzpirtenstedt-Transfer. 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 Meine Freunde, hat der jetzt Kohle eingeladen? Dein Ernst? Äh, das ist doch... Wieder pure Dummheit hier. Wir haben über eine Million ausgegeben. So, der macht 11.000 und das sollte ihn jetzt schon mal hoffentlich ein bisschen beglücken. So stehen bleiben ist besser. Eindeutig. Jetzt kommt er. Wir müssen halt schauen, dass wir die ganzen Dinge jetzt wieder aus der Petrolio holen. Weil die sind natürlich jetzt richtig beschissen gelaufen. Oh, jetzt laufen die zwei Züge hinterher. Uh, jetzt wird's eng. Aber doch, diese Enge sollten wir hoffentlich auch eine erhöhte Produktion hier hinkriegen. So, schauen wir mal. Da kommt schon ein... Nee, da kommt... Da kommt noch ein Holzzug. Ob ist der... Oh, lol. Jetzt sind wir an der Kapazität von Bahnen von denen dran gekommen, oder was? Okay. Dann kommt eine erhöhte Produktion Ressourcengewinnung her. Sägewerke werden erhöht, Jungs. Jetzt wird Holz produziert. Wer weiß, wir müssen es sogar mal auf 5 erhöhen. Die Stadt alleine frisst so viel Holz. Das kann man sich eigentlich ja nicht vorstellen, ne? Ja, das ist mir wurscht, dass die jetzt vor Kopfkarten gegangen sind. Das sind mir... Die sind mir eigentlich tendenziell relativ wurscht gerade. Ich hab da... Andere Probleme gehabt. Lüge, die bleibt echt stehen. Ich glaub's ja nicht. Wo ist denn ein anderer Transporter? Ist der noch voll? Der schaut voll aus. Ne, der ist nicht ganz voll. Wir haben es echt geschafft, das Limit zu erreichen. Lol. Deshalb hab ich mir jetzt echt nicht vorgestellt, dass wir das erreichen können. Genau so, die Produktion ist auch nicht am Limit. Dann müssen wir die ganzen LKWs mal austauschen. Aber ja, das kann ja noch dauern. Aber man sieht ja schon, wie viel Holz hier eigentlich angeliefert wird. Die Holzverlieferungen sind ja eh massig. Eigentlich. Deswegen hab ich ja eigentlich so viel gebaut, damit die hohe Produktion erhalten kann. Aber irgendwie... Könnte ich grad noch einbauen. Aber unser Geld... Oh, schaut euch unser Geld an. So rein theoretisch geht das auch gut. Dann müsste man aber überlegen, ob man nicht eine extra Verbindung einfach zu den... paar Teilen hier macht. Jetzt schaut euch das an. Jetzt gehen hier die Züge raus. Jetzt kommt der nächste schon wieder rein. Eigentlich sind wir hier echt extrem gut dabei. Eigentlich. Ich denke mir halt auch, dass wir... Das Problem ist, wir kommen jetzt mit nichts gerade hin, weil die Holzproduktion einfach so langsam ist. Vorteil ist natürlich, die ganze Holzproduktion bringt mir so viel Kohle, dass hier der Gewinn so steigt. Und da hatten wir... Hät ihr irgendwas Neues gekauft? Ne. Akkreditzinsen hatte ich noch einige. Wir können aktuell tilgen mal. Und zwar auf voll. Da sind wir schuldenfrei. Wann konnten wir das schon mal... Wir haben immer noch 600.000. Das gibt's gar nicht. Äh... Ignorier du mal bitte das Schild. Also wir klopfen ja jetzt schon. Das ist problematisch. Ich überlege nicht gerade echt, ob ich extra nochmal anstelle. Da ist ja wirklich nochmal die komplette Produktion in der Höhe. Oh Leute, was hat sich denn hier gebildet? Ein Stahlbahnabnehmer, okay. Was wir jetzt hier machen, ist aber die LKWs, die auf der Linie hier fahren. Eisenverkauf. Die hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die liegen alle auf Eisenverkauf auf der Route. Die gehen zurück ins Depot. Wo ist mein Depot hin eigentlich? Da hin. Das sind sechs Stück, die auf Eisenverkauf liegen. Ich kaufe jetzt... ...einen neuen Truck. Auch sechsmal. Um die folgenden Züge dann zu halten. Die sind im Lager, es sind sechs Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Route zuweisen. Eisenverkauf. Du gehst in den Müll, 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 du gehst in den Müll. so der sollte auch hoffentlich das gecheckt haben so die produktion ja ist angenehm die hier müsste gut laufen ja die ist gut im griff würde ich sagen könnte man rein theoretisch noch einen zweiten zug hinsetzen das sollte jetzt nicht das große problem sein ich kann mir hauptquartier schon wieder ausbauen aber leute das macht mir in der nächsten folge ich habe es gefallen wenn ihr einen daumen nach oben da aber nicht habt und wir sehen uns in der nächsten folge wieder also bis dann ciao joh 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 joh